Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Ednir. Schön, dass du eingeschalten hast. Eine kleine Dosis eines Halo-Streams mal wieder. Es ist zwar nicht Halo-Freitag, aber naja, wenn man schon mal ein tolles Halo-Gamer gehabt hat im Vergleich zu den letzten Halo-Games, die ich so hatte, ist das, denke ich mal, eine schöne und entspannte Abwechslung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Es wird so übertrieben dämlich, aber das wird lustig. Okay, ich hab einen Plan. Wir machen jetzt hier die Runde, die ich schon gechillt. Es ist egal, was dabei rumkommt. Wir nehmen einfach alles mit. Aber danach habe ich gerade richtig Bock auf ein anderes Game noch. Und das wird funnier. Weil, klar, wie gesagt, ich liebe das Halo-Franchise, keine Frage. Aber irgendwie greift es heute dazu. Ich meine, die letzte Runde ging wenigstens klar, aber... Hardcore, es wird schon 10-Docs? Nein, aber es wird auf jeden Fall niedlicher als das hier. Wobei das jetzt nicht wirklich schwierig ist. Es ist hier hartes Metall. Ich muss gestehen, das war schon epic. Holy shit, wie ist der rausgekommen? Also, das war... Ganz ehrlich, das war schon irgendwie cool jetzt gerade so, ja? Also, das war auch funny. Aber trotzdem, ich hab... Ich hab einen richtigen Hardcore-Switch im Kopf. Das wird wirklich gut. Ja, bitter, ne? Okay, sowas ist... Sowas ist auch mies. Aber gut. Dann wird Mario Maker 2 Troll-Levels... Nein, kein Mario Maker. Kein Switch-Game. Es wird aber trotzdem gut. Holy shit. Wie hab ich den erwischt? What? Okay, das war auch funny. Also, okay, die Runde ist gerade wirklich witzig. Das ist aber... Boah. Das ist auch ein... Ein anderer... Ein anderer Punkt. Aber das ist ein Game, das können wir gemeinsam... Teilweise wieder... Wobei... Also, ich tue es wieder neu entdecken. Ihr werdet es wahrscheinlich komplett neu mit mir entdecken. Also, ich werde es einfach nur wieder neu entdecken. Aber es wird... Es wird geil. Ich hab da echt tatsächlich Bock drauf, muss ich gerade gestehen. Ich weiß nicht, warum. Und es kann auch sein, dass ich gleich richtig hart auf Schnauze fliege deswegen. Aber ist egal. Okay. Oh, wir haben nicht gleich hart auf Schnauze fliege. Ja, wir haben nicht... Äh, okay, sind die alle schon tot? Wie? Und sorry für den Tease. Das ist jetzt kein ewig krasses Game, ne? Es ist einfach nur... Ich hab einfach nur Bock drauf. Also... Erwartet es hier nicht. Keine Ahnung. Was übertrieben... Craziges. Das wird trotzdem gut. Ja, I guess. Ähm, morgen wird zum Landschafts... Ne, glaub ich nicht. Nein. Äh, äh. Äh, ja, scheiße. Landwirtschaftssimulator E-Gamer, ja. Kann ich dann nächstes Jahr bei der... Bei der Kaktus, äh, auf dem, äh... Ding mitmachen, ne? Ah. Oh, shit, what? Ja, da hast du jetzt natürlich Pech gehabt. Nein, er hat doch schon so einen Supermarkt-Simulator. Eben. Aber den spielen wir heute auch nicht. Den spielen wir heute auch nicht. Ich hab... Ich hab grad wirklich ne... 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 Ne sehr interessante... Interessante Idee. Das ist von nem AAA-Studio. Es ist eigentlich auch nicht so krass, aber ich hab irgendwie Bock drauf. Wie früher in der Schule. Alle werden angeteast und dann wird's eben wie der Mandelas ausmalen. Hahaha. Das ist durchaus möglich. Ich versuch ja auch ein bisschen die... die Stimmung zu dämpfen. Ich will halt nur, dass ich das nicht komplett vorwegnehmen. Mann. Oh, lol. Alter, der hat mich erst umarmt, ne? Hm. Das beginnt natürlich jetzt gleich einfach mitten im Game die Werbung, aber ich... Die meisten haben ja eh schon... das hab hier... Also sag ich jetzt mal, ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Äh... What? Okay, den hab ich da unten nicht gesehen. So... Mal gucken mal. Noi! Elvenkürze. Ah, okay. Kommt nicht noch. I tried it. Twice. Holy shit! What? Okay. Da, das... Äh, ja, damit hab ich jetzt nicht gerechnet, dass da mir da drei Leute entgegenkommen. Wie hab ich jemanden mitgenommen? Äh... Ein 10-inch Duck. Bei allem Duck. Fucking R. Spielverderber. Egal. Das wird gut, vertraut mir. Hm? So. Das Ding hat kein Geschütz, Mann. Schade. Ich wäsche da eigentlich. Ich wäsche Aufhänger. Ich will wissen, was gleich kommt. Äh, noch hast du die halbe Game Zeit. Das ist so das nisch, ne? Ja. So schnell kann's gehen. Oh, 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 oh lebst du doch? Warum? Scheiße. Alter. Ich sag's euch, ich bin Spider-Man. Ich kann aber da hinten hinschmeißen. Ich kann ja nicht wissen. Ach, schau mal an. Holy shit. Dankeschön. Der kam nicht weg, wenn er wollte. Nee, muss ich nicht herausfordern. Also, am Schluss lief's jetzt doch nochmal, ne? Für so ne letzte Runde. Die war jetzt nochmal krass. Ach, schön. Ja, sorry. Da kommst du jetzt natürlich nicht dran rum. Den hab ich noch gesnackt. Hab ich die 30 voll gemacht? Nein, schade. Hey. Ihr habt's geschafft. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann könnt ihr gerne mal hier unten in den Kommentaren mal ein bisschen Lust und Laune dalassen. Gerne das Video daumatisch bewerten. Wenn ihr mehr sehen wollt, gerne auch abonnieren, beziehungsweise vor allem auf Twitch vorbeischauen. Montags und Mittwochs immer um 19.30 Uhr geht's los. Und dann schauen wir mal, wie lange man so machen muss. Aber maximal so bis 22.30 Uhr. Da kann unter anderem Halo passieren. Es kann auch mal an anderen Tagen oder andere Games mit reinflutschen, wie Overwatch oder, weiß ich nicht, sogar Hearthstone. Wer weiß, hat man nämlich auch danach gespielt. Das war das, was ich die ganze Zeit in diesem Video eben so nebenbei angesprochen habe. Damit ihr da was Kontext habt. Ja, mehr hab ich aber nicht. Ansonsten hat euch der Algorithmus da irgendwie zwei Videos rausgesucht. Ich denke, ihr werdet auch damit Spaß haben. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns wieder in einem neuen Stream oder in einem neuen Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Tschaußen.